... Das hat es noch nie bei einem Finale gegeben, bei einem Spielbay Grand Prix Finale, dass ein Deutscher mit dabei war. Niedling steht Friedi Lindgren. Ja, aber jetzt noch dabei! Das ist die Krippe, die letzte Runde rein! Das ist die Krippe, die letzte Runde rein! Martin Smolenski gewinnt den Spielbay Grand Prix Finale. Das ist Geschichte, das ist Spielbay-Geschichte. Der Smolenski mit der 84 schreibt Spielbay-Geschichte des Jahrhunderts. So, und ich glaube, alle Kritiker, die im Netz immer geht, jetzt schreiben, die werden jetzt irgendwann so gern verwenden. So, meine Fans, schöne Runde. Sie sind einfach geil, ihr seid spitze. Jawohl! Jawohl! Smolenski auf Platz 1! Gewinnt den Grand Prix! Spannende einer Spannende Spannende W-M-M-M-G-E-S-G-U-M! Spannende J-M-M-E-S-G-U-M! Das ist ein Typ, der St. meter. Spannende J-M-M-G-U-M! Musik Wir haben alle gespottet über Dennis Molli, fünf Punkte vielleicht, wenn es gut geht. Und seine Kritiker haben gesagt, das ist ja der Kunst der Gäste, der bringt nichts. Der Vater darüber gewinnt das. Einfach so. Und jetzt der Bill Buckley ist, natürlich muss sich jetzt fotografieren. Ja, ja. Ja, ja. 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 Und jetzt mit Nikim Peterffsendem und Krzysztofem Kasprzakiem ist ja sehr gut. Und jetzt hier mit für mich. Ja, ich bin schon. Und jetzt hier. Ich bin schon. Und der Kasper Csak gibt dem Dramat hin, das ist Sushi Poppern. Ja, der muss denken, das ist Weltweit übertragen. Auf allen Sportkanälen.